So Leute, im heutigen Video habe ich für jeden Bitcoin-Trader ein paar ziemlich wichtige Informationen. Was man nämlich sehen kann ist, wir sind nach oben gegangen, haben den Rand meiner orangenen Box berührt, hatten eine Rejection und sind wieder nach unten gegangen. Die Frage, die sich jetzt natürlich stellt ist, war das schon alles? Werden wir wieder umkehren, nach oben gehen, durch die orangenen Box brechen und dann einen Mega-Bullern für Bitcoin haben? Leute, ich habe ein paar super wichtige Informationen für euch, weil es gibt ein paar Sachen, die momentan passieren und zwar nicht nur auf den Charts, sondern auch was das makroökonomische Umfeld anbelangt und ich muss euch die nächste massive Bewegung zeigen, die in den nächsten 24 bis 48 Stunden stattfinden wird. Aus diesem Grund bleibt auf jeden Fall dran, wir haben super wichtige Sachen zu besprechen und damit willkommen zurück meine Freunde. Mein Name ist David und ich bringe euch jeden Tag Krypto-Videos und zeige euch, wie man Geld machen kann. Falls ihr neu auf dem Kanal seid, dann abonniert den Kanal und vor allem aktiviert auch die Glocke und dann lasst uns jetzt direkt mal mit Bitcoin auf dem 4-Stunden-Chart anfangen. Wir haben ein paar super wichtige Sachen zu besprechen. Das Erste, worüber ich mit euch sprechen möchte, ist, wir können sehen, wir sind bis zum Rand der orangenen Box gestiegen. Wir haben die ganz, ganz leicht berührt. Schaut mal, wirklich genau als wir sie berührt haben, da haben wir eine Rejection gesehen. Wir haben gesehen, dass Bitcoin wieder nach unten gegangen ist. Ihr wisst auch, also ich habe euch ja gestern im Video gezeigt, dass ich meinen Trade geschlossen habe. Habe ich in diesem Video hier gepostet. Den ganzen Trade habe ich mit 400% im Gewinn geschlossen. Also war ein richtig schöner Trade. Und wenn wir jetzt mal meine Position anschauen, also meine Auftragshistorie, da kann man sehen, ich habe diesen Trade bei 28.263 geschlossen. Habe ich ja live gestern im Video gemacht. Das wisst ihr bereits, falls ihr das Video gesehen habt. Allerdings von diesem Punkt an sind wir ungefähr 600 Dollar oder so nach unten gegangen. Also ich würde sagen, war gar nicht mal so schlecht, dass ich den Trade geschlossen habe. Das Ding ist jetzt allerdings die Tatsache, je länger wir unter diesem Widerstand bleiben, also wie wir genau unter diesem Widerstandslevel bleiben, umso höher ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass wir da durchbrechen können. Ich meine, klar, natürlich habe ich erst einmal eine Reaktion erwartet. Ich habe erwartet, dass wir von der Berührung der orangenen Box wieder nach unten gehen werden. Allerdings, um ganz ehrlich zu sein, bis jetzt zumindest, sehen wir noch keinen großen Pullback. Das zeigt uns wieder an, dass der Markt eigentlich immer noch relativ bullish und immer noch relativ stark ist, weil wir eben keine starke Rejection sehen, sondern nur ganz, ganz kleine. Das Ding ist allerdings, also ich bereue immer noch nicht aus dieser Position ausgestiegen zu sein, weil das ist der Luxus, den wir momentan haben. Ich meine, wir sind in einem richtig schönen Profit ausgestiegen, wir sind auch immer noch unter dem Punkt, wo ich ausgestiegen bin. Also es war immer noch eine gute Wahl, dass ich den Trade geschlossen habe. Jetzt können wir einfach den Markt beobachten und wenn wir wieder einsteigen wollen, ist das auch überhaupt kein Problem. Die Frage ist nur einfach, werden wir wieder nach oben kommen und zu diesem Zeitpunkt, wenn wir nach oben kommen, werden wir rejected werden oder einfach durchbrechen. Und nach Abwägung aller Wahrscheinlichkeiten muss ich ganz ehrlich immer noch davon ausgehen, dass wir nicht einfach mal eben mir, nicht dir, nicht durch dieses Level brechen werden. Wir haben allerdings ein paar super wichtige Sachen, die in den nächsten 24 bis 48 Stunden passieren werden, was ich euch gleich zeige. Allerdings, bis das nicht passiert ist, wenn man sich das einfach mal so anschaut, dann würde ich ganz ehrlich sagen, dass, naja, also wir können noch eine ganze Weile unter diesem Level konsolidieren. Und eine wichtige Sache, die momentan passiert, sind natürlich auch die traditionellen Märkte. Hier kann man sehen, wir hatten einen richtig, richtig schönen Pump. Von hier unten sind, also das ist jetzt bei den 4-Stunden-Kerzen und da hatten wir 2,65 Prozent, was für die traditionellen Märkte schon echt viel ist. Normalerweise, wenn die traditionellen Märkte pumpen, dann gibt das den Märkten Vertrauen, dann geht auch Bitcoin nach oben. Das Problem ist natürlich, dass Bitcoin, ja, dass wir einfach diese orangenen Box haben, die massiver Widerstand ist. Deswegen ja auch die rote Linie. Allerdings, das bullische Szenario für Bitcoin ist, dass die traditionellen Märkte nach oben gehen. Deshalb könnte man rein theoretisch sehen, dass auch Bitcoin wieder ein bisschen Schwung gewinnen sollte oder könnte. Außerdem, wenn man sich das mal anschaut, kann man eine ganz schön klare Trendlinie sehen, dass wir die ganze Zeit higher highs für Bitcoin machen. Und, was man auch sehen kann, ist, dass wir eventuell hier eine Trendlinie ziehen können. Wenn man sich jetzt also mal die kürzeren Timeframes, vielleicht mal auf dem Stundenchart anschauen kann, dann, ja, eigentlich sieht man das hier ganz gut. Das hier würde uns zeigen, wenn wir einen Breakout sehen, das müsste eigentlich heute schon passieren. Wenn wir also einen Breakout aus diesem Pattern auf dem 1-Stunden-Chart sehen, dann könnte, ja, man könnte das eventuell auch, ja, ungefähr so zeichnen. Dann hätte man eventuell ein nach unten gerichtetes Dreieck. Allerdings, wir haben diese kleinen Pattern auf den niedrigeren Timeframes, die uns Richtung geben können. Einen kleinen Hinweis darauf, wohin Bitcoin gehen wird. Allerdings, wie gesagt, es gibt auch fundamental ein paar ziemlich wichtige Sachen, die Einfluss darauf nehmen, wie sich Bitcoin bewegen wird. Wir haben die traditionellen Märkte, die an und für sich ziemlich bullish aussehen, jetzt allerdings auch bei dem letzten Swing High etwas Widerstand gefunden haben. Wenn wir da durchbrechen könnten, dann wird das natürlich auch ein bisschen mehr Vertrauen für Bitcoin bringen. Deshalb, wir müssen uns auf jeden Fall die makroökonomische Situation anschauen, auch beim DXY. Beim DXY kann man sehen auf dem Weekly Timeframe, da gehen wir wieder beim DXY von dieser orangenen Box nach unten. Ich habe gestern gesagt, sollten wir einen Bounce von dieser orangenen Box haben, dann könnte das dazu führen, höchstwahrscheinlich, dass Assets in Dollar gemessen werden, wie Krypto und die anderen Aktien. Wenn wir also diesen Bounce haben würden, dann würde das bedeuten, dass diese Assets, diese Anlageklasse nach unten gehen würden. Das Ding an der ganzen Sache ist, wir haben jetzt immer erst, also es ist gerade mal Dienstag, das hier ist der Wochenchart. Das bedeutet, selbst diese Kerze, also selbst diese Weekly Kerze, da sind wir kurzfristig unter der orangenen Box gewesen. Allerdings am Ende der Woche sind wir wieder nach oben gegangen und haben dann über der orangenen Box geschlossen oder zumindest über den Rand. Was ich jetzt also sagen möchte ist, klar, wir sind zwar gerade mit der Kerze unter der orangenen Box, allerdings ist die Woche auch noch am Anfang. Rein theoretisch könnten wir gegen Ende der Woche nochmal eine richtig große Rallye sehen und wir könnten dann über der orangenen Box schließen. Sollte es allerdings nicht so kommen, sondern wir würden unter der orangenen Box schließen, dann könnte man erwarten, dass wir für den DXY weitere kurzfristige Dumps haben werden, was für die Kryptomärkte natürlich gut ist. Eine zusätzliche Sache, die ich allerdings noch sagen möchte, ist, dass der DXY natürlich langfristig dazu bestimmt ist, gegen Null zu trennen. Ich habe kein Vertrauen in den Dollar im Vergleich zu realen Sachwerten wie Bitcoin, von mir aus auch Aktien, wenn ihr in gute Unternehmen einsteigt und sowas. Die werden immer die viel, viel bessere Wette sein, als Dollar zu halten. Dollar machen einfach Otto-Normalverbraucher mit jedem Tag ärmer. Es werden immer mehr Dollar gedruckt und deshalb werden die Leute immer ärmer. Klar, ich weiß auch jetzt nicht unbedingt, sagen wir jetzt mal im letzten Jahr, da sind die Leute, die Dollar gehalten haben, die haben natürlich eine höhere Kaufkraft gehabt, weil der DXY nach oben gegangen ist. Entsprechend ist der Dollar im Wert gestiegen, zumindest mal für eine ganz, ganz kleine Weile, also für ein Jahr. Ja, im Grunde genommen, wenn man sich mal diesen Chart anschaut, kann man ganz gut sehen, von dieser fetten, dicken, orangen Linie, da haben wir eine richtig starke Ready-für-den-Dollar-Index gesehen. Wir sind nach oben gegangen und zwar zu dieser rot gepunkteten Linie und als wir wieder hingekommen sind, habe ich gesagt, hey Leute, passt auf, das hier ist ein super wichtiges Widerstandslevel. Dieser Trendlinie geht ja mehrere Jahre zurück, kann man ganz gut sehen, von 2008, also eigentlich von der letzten Bankenkrise. Da habe ich gesagt, schaut mal, hier müssen wir aufpassen und dann ist der Dollar-Index auch tatsächlich nach unten gegangen. Wir haben die Linie berührt und sind direkt wieder nach unten. Leute, ich werde euch natürlich diesbezüglich auf dem Laufenden halten, aber das ist jetzt mein letztes Update, was ich dazu habe, also mein neuestes Update. Lasst uns mal schauen, wo der Dollar-Index schließen wird am Anfang der Woche, also Ende dieser Woche. Ich könnte rein theoretisch zum Ende der Woche nochmal richtig stark rallyen, wissen wir nicht. Aber es gibt, wie ich bereits gesagt habe, noch ein paar super wichtige Sachen, die bald passieren werden. Kommen wir gleich zu, allerdings will ich euch nochmal das hier zeigen. Das hier, das ist auch einer der wichtigsten Charts, die man sich anschauen sollte, das sind die 10-jährigen Staatsanleihen. Also, was uns das hier zeigt ist, im Grunde genommen, wenn man sein Geld in Staatsanleihen bekommt, erhaltet ihr eine Rendite und diese Rendite liegt momentan bei 3,5%. Ihr könnt also 100 Dollar in die Staatsanleihen investieren und in einem Jahr bekommt ihr 3,5% Rendite. Was natürlich 3,5 Dollar sind, ist quasi risikofrei, weil ihr die anfänglich investierten 100 Dollar halt eben nach 10 Jahren zurückbekommt. Und jedes Jahr während dieser 10 Jahre erhaltet ihr eben diese Rendite. Okay, das war jetzt ein kleiner Exkurs. So funktionieren Staatsanleihen. Habe ich ja auch schon ganz, ganz oft in meinen Videos darüber gesprochen. Will ich nicht weiter ausdehnen. Allerdings, die Rendite ist gesunken und wir sehen einen Rally von 3,3% bis auf 3,5%. Allerdings haben wir bei dieser Weekly-Kerze einen großen Dampf von 4% bis auf 3,3% gesehen. Bei den Staatsanleihen. Leute, normalerweise verändern die sich nicht ganz so schnell. Allerdings, hier hatten wir jetzt einen richtig starken Drop. Und während wir weiter nach unten sinken, werden immer mehr Leute ihr Geld nehmen, weil ihr müsst verstehen, die Leute haben gesehen, wir haben risikofreie 4% Rendite im US-Dollar. Und die haben ihr Geld natürlich in diese Anleihen investiert, weil hey, warum sollte man in den Aktienmarkt investieren, der runter geht, wenn man auch risikofrei 4% bekommen kann. Allerdings, je niedriger die Rendite wird, umso mehr Geld wird natürlich auch von den Staatsanleihen wieder zurück in Stocks, in Aktien, Krypto und andere Assets gehen. Wir müssen also unbedingt diese Sache weiter beobachten. Werde ich auf jeden Fall machen. Einer der wichtigsten Charts, die man sich momentan anschauen muss. Und genau deshalb werde ich euch auch hierüber auf dem Laufenden halten. Jetzt passieren morgen allerdings auch noch ein paar super wichtige Sachen. Morgen haben wir nämlich das FED-Meeting, wo bekannt gegeben wird, was für eine Zinsveränderung wir haben werden. Werden es 0% sein oder wird es eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte sein? Der Markt glaubt momentan, dass es eine Zinserhöhung um, oder 83% glauben daran, dass es 0,25% sein werden. Also 25 Basispunkte, was natürlich absolut möglich ist. Allerdings, wenn man sich das mal vor ein paar Wochen angeschaut hat, eine Woche, vor zwei Wochen, da haben die meisten Leute noch geglaubt, dass es eine Zinserhöhung um 50 Basispunkte geben wird. Jetzt glaubt das absolut niemand mehr. Die Frage ist natürlich, werden es 0 oder werden es 25 Basispunkte sein, wenn es zu 0 kommen sollte. Was rein theoretisch auch möglich ist, weil, machen wir uns nichts vor, die Tatsache, dass sie die Zinsen zu schnell angehoben haben, hat natürlich auch dazu geführt, dass die Banken alle bankrott gegangen sind und so weiter. Sollten wir allerdings 0% sehen, dann werden wir sehen, dass die Märkte sich morgen absolut erholen werden, richtig stark steigen werden. Genau deshalb sage ich, innerhalb der nächsten 24 Stunden bis 48 Stunden wird es eine große Bewegung geben. Und zu diesem Zeitpunkt muss ich mir die Frage stellen, okay, diese Orangenbox, wir wissen natürlich, dass es ein super starker Widerstand ist. Allerdings sollte es tatsächlich dazu kommen, dass die Zinsen um 0% angehoben werden, also gar nicht, inmitten dieser unendlichen Geldspritzen, die momentan in die Märkte fließen, muss ich euch das hier zeigen. Das US-Verteidigungsministerium hat die Möglichkeit, alle Bankeinlagen zu garantieren, wenn sich die Krise ausweitet. Was bedeutet das? Naja, wir wissen, in den USA gibt es derzeit Garantien bis zu 250.000 Dollar. Wenn ihr also 250.000 Dollar in der Bank habt, die Bank geht pleite, dann bekommt ihr das Geld im Grunde von der US-Regierung. Jetzt wird nach Möglichkeiten gesucht, dass wenn das Bankensystem komplett zusammenbrechen sollte, dass sie dann eben auch mehr als diese 250.000 Dollar garantieren können. Was bedeutet das? Wenn es wirklich absolut verrückt laufen sollte und alle Banken oder viele Banken pleiten gehen sollte, dann wird es eine Menge Liquidität geben, die in den Markt strömen wird. Das ist natürlich eine der wichtigsten Themen und Thesen in diesem Video im Fall von dem 1-Millionen-Dollar-Bitcoin im Juni. Schaut euch das unbedingt an, falls ihr das nicht gesehen habt. Und im Übrigen, das sind nicht meine Worte, das ist eine Wette von einer super prominenten Figur im Kryptobereich. Also ich bringe hier das Argument, also für und gegen die 1-Millionen-Dollar im Juni. Allerdings, das hier ist eines der wichtigsten Dinge. Unendliches Gelddrucken im Grunde genommen, was uns in Hyperinflation schicken könnte. Und das ist also eine wichtige Sache, auf die man achten muss. Und inmitten all dem, wie wird dann meine Orangenen-Box reagieren? Naja, ich will jetzt natürlich immer noch sehen, was mit den Zinssätzen passieren wird. Ich will immer noch sehen, was mit den Banken und so weiter passiert. Deshalb, wir werden erst einmal abwarten. Allerdings bin ich natürlich, was Bitcoin angeht, generell optimistisch. Irgendwann werden wir da durchbrechen. Da bin ich mir zu 100% sicher. Die einzige Sache ist, dass ich, naja, ich habe erwartet einfach, dass wir einen Pullback haben werden. Und ja, wir haben noch einen Pullback. Wenn wir allerdings nochmal zu dieser Marke bei 26.400 Dollar nach unten kommen würden, würde ich wieder aufstocken. Würde ich wieder in einen Trade eingehen. Und ein Traum wäre natürlich 24.400 Dollar. Das wäre ein superschöner Einstieg für Bitcoin. Das Ding ist, genauso wie ich hier unten eine Ahnung hatte, als wir uns der orangenen Linie genähert haben, da habe ich ja gesagt, hey, schaut mal, das ist ein super wichtiges Widerstandslevel. Ich glaube, es wird erst einmal zu einem Pullback kommen. Beim ersten Mal sind wir dann nach unten gegangen, haben Unterstützung auf der orangenen Box gehabt. Beim zweiten Mal habe ich gesagt, und ihr wusstet, ich war in einem Trade. Und als wir da hingekommen sind, habe ich gesagt, okay, wir sind bei wichtigen Widerstandsleveln. Allerdings, diesmal sagt mir irgendetwas. Ich habe ein Gefühl, dass ich glaube, dass wir da eben durchbrechen. Nochmal bis zum Rand der orangenen Box. Ja, weiß ich nicht. Wie lange mache ich das jetzt schon? Über acht Jahre schaue ich mir die Charts an, Tag und Nacht. Und er hat mir einfach das Gefühl gesagt, dass wir da durchbrechen werden. Und dann habe ich hier Profit damit genommen. Ich muss jetzt immer noch davon ausgehen, dass wir diesmal nicht einfach so durchbrechen werden. Es sei denn natürlich, es gibt morgen 0% Zinsen. Und es sei denn irgendetwas anderes, würde sich drastisch ändern. Allerdings mit den Informationen, die wir momentan haben, da muss ich davon ausgehen, dass es nochmal zu einem Drop auf 26.400 kommen könnte. Da können wir uns dann einen schönen Einstieg holen und dann wieder nach oben gehen. Außerdem, meine Bots, Leute, ich muss euch natürlich auch diesbezüglich auf dem Laufenden halten. Die machen immer noch einen fantastischen Job. Und für alle, die daran interessiert sind, etwas mehr über diese Bots zu lernen, nach diesem Video, also das, was ich gerade aufnehme, da werde ich mich hinsetzen und nochmal ein ganz ausführliches Video über diese Bots machen, was auch wieder damit verbunden ist, wie man ähnliche Gewinne machen kann. Diese Gewinne in gerade mal ein paar Tagen. Und natürlich haben wir noch den Trade gehabt, den ich vor mehr als ein paar Tagen aufgesetzt habe, den ich gestern mit 400% geschlossen habe. Auch das bindet sich wieder an die Gesamtstrategie zusammen mit den Bots. Ich werde allerdings nochmal gleich alles in einem ausführlichen Video erklären, in dem ich ganz genau erzähle, wie ihr dasselbe machen könnt. Im Übrigen, ich bin hier nochmal in einen größeren Bot eingestiegen. Das hier ist der neueste für Bitcoin. Aber keine Angst, ich werde gleich alles ganz genau erklären in dem Video, was ich gleich machen werde. Deshalb abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Ganz, ganz wichtig, vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, damit die direkt benachrichtigt werden, sobald ich dieses Video rausbringe, wo ich euch zeige, wie man ähnliche Profite machen kann, indem man diese Bots benutzt. Und Hand aufs Herz, Leute, ich glaube wirklich, dass die Strategie mit diesen Bots, dass das eine der profitabelsten Sachen für die absehbare Zukunft sein kann. Ich werde allerdings auch erklären, warum das so ist. Und in der Zwischenzeit, macht euch mal ein OKEx-Account. Den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Da könnt ihr sogar noch einmal bis zu 50.000 Dollar in Tradingboni bekommen, je nachdem, wie hoch eure erste Einzahlung ist. In jedem Fall, falls ihr Bock habt, so einen Bot zu benutzen, dann braucht ihr so oder so ein OKEx-Account. Und falls ihr den Kanal unterstützen möchtet, dann könnt ihr euch über meinen Link anmelden. Ihr geht also auf den Link, klickt auf Join Now. Und wenn ihr das jetzt sofort macht, habt ihr sogar noch 17 Tage Zeit, um eben diese Riesenboni von bis zu 50.000 Dollar bekommen. Ja, und wie ich bereits gesagt habe, gleich, ich werde mich direkt hinsetzen und das Video aufnehmen. Dann bringe ich das Spot-Video raus. Freut euch darauf. Ich danke euch, dass ihr wieder dabei gewesen seid. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, lasst einen Daumen nach oben da. Teil das Video mit euren Freunden und wir sehen uns dann im nächsten Video.